Hey und willkommen zu einer neuen Folge von UtubersLiffe. Wir sind hier auf einer Party. Google geht schon wieder an. Leute, die reden wohl noch da. Habe ich mal reden? Ja. Hallo? Hallo? Ja. Kommen wir von was? Honey? Nein. Habe ich nicht. Du. Interview rufen. Erstmal reden. Dann Interview. Aha. 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 Ja. Noch wer? Okay. Hackfresse. Gibt's gleich mal zwei. Gleich durch. Okay, okay, okay. Gibt's erstmal hier Pro-Gamer? Ich bin nämlich ein richtiger Pro-Gamer. Das viele ja nicht wissen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Draufhin gibt's nervige Kritik. Ja, deswegen... Einmal mal so random, lustigen Kommentar. Kann ja mal ein bisschen lustig werden, auch hier zwischendurch. oder so. Äh, mal zwei. Ja, komm. Kritik. Nee, komm. Lustige Kritik. Mal zwei. Ja, komm. Da sind wir dabei. Ich brauche nur ein bisschen... Ich... Ich... Äh, ich wurde gerade... Ich wurde nicht emotional, aber egal. Mal zwei. Ja, komm. Wörterischer Blick. Und du kannst das Musik-Auto genommen. Genau wegen den... Den hier. Ja, komm. Fachlicher Kommentar. Ich wusste, es ist bestimmt nicht, aber 3 plus 3 sind 6. Es ist... Neu. Ratschlag. Ja, hab ich jetzt einen Ratschlag, oder? Ich bin... Ich bin enttäuscht, Mann. Das ist wirklich schon. So, Verabschiedung. Ja, komm. Musik-Auto, ey. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Okay. Ja, zu Hause haben wir. Okay, wir können bestimmt ein bisschen... Tanzen. Komm. Bisschen hier, aber... Ui, ui. Profil ansehen. Du... Du bist 22, ich bin 16, ja. Hier, Alter. Hier, zu geile Stats. Die Stats. Uuuh. Alter, ich geh jetzt. Ciao. Guck mal her. Der Balken ist voll, ich hab kein Bock mehr. Level-Up neue Inhalte freigeschaltet. Ja, das habt ihr schon gesehen. Da ist mal fangehen und du... Und du... Ach so, der setzt seinen Kurs... Seinen Kurs macht er. Hat er auch reichen der Zeit gemacht. Oh lol. Komm, bisschen... Äh... Ach, ne, ich hier. Da war ja was. Äh, bisschen, äh... Omni-direktional. Rum bearbeiten. Interview... In... 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 was kann ich noch zwischen es ist fast perfekt geschnitten nur fast denn einmal spiegeln bisschen schneide schneide farbe zuordnen und trast akzeptieren muss ansehen ja muss belegen da gehst du noch mal drin ja was war ich in der zeit ich schlafe mal kurz habe schluck auf kommentare moderieren ja komm antworten 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 danke plus sieben daraufhin erstmal einkaufen geiles neue spiel oh 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 ja es gibt ein paar neue spiele schluck auf was k das ist meine kraft ja ich bin ein neues video spiel ja ich bin ein paar die nicht leisten großen Jetzt habe ich ein neues Gaming-Video. Du, ich verkaufen. Was, oh nein, aber das verkauf ich nicht. Das ist meine Preview, nein, Mono schön, weil, ja, komm, lassen wir mal so, ja, kapot mehr. Komm, 3D-Intrufe, hey. Ja, komm, daraufhin werde ich emotional. Vor allem nicht nur die Schauspielpunkte. Aber immer gibt es Minus. Ich kriege die ja nie. Ratschlag. Werde ich zum Pro-Gamer. Immer in einen Punkt. Da gibt es schon wieder Minus. Was soll denn der Müll? Also das finde ich tatsächlich ein bisschen nervös. Überall Minus bei denen sind. Ich brauche genau die Punkte und das ist immer Minus. So, jetzt kriege ich nur einer. Da. Wütende Kritik, das macht mich echt wütend. Da, der Wildschirm. Wieder ein Minus. MVP. Dann jetzt mal ein bisschen, äh, ein bisschen. Lustige Kritik. Ah, mal zwei. Okay. Ah, ganz knapp noch. Ah, wirklich nur, nur, nur ganz knapp. So. Fertiges Video. Okay. 20 M1. Okay, das kann da noch rein. Das muss eigentlich da rein, weil, ja. Oh, du kannst das Wasser dazwischen. Das ist perfekt geschnitten. Spiegeln und ein bisschen Farbe. So. Und dann rennen an. Ja. Hochladen. Stensieren. Ja, komm. Warte, jetzt, äh, mal Cross-Playing. Ich will keinen Stress mit U-Kube. Reden. Nein Kein Bock auf Kino Geschlafen Ich muss eigentlich mal den PC da oben aufwärmen Das ist das nächste was ich unbedingt machen sollte Ach wir im ersten des Monats Deswegen ist da gerade alles abgezogen Ach gerade Alter warum mache ich so wenig Geld Äh Hallo Du kannst jetzt mal ein Video aufnehmen Du lost car Gameplay Ja mach mal In der Zeit Ich arbeite Auch wenn es so viele Stunden sind Das ist egal Ich brauche das Geld gerade Mal Spaghetti bei der Nase reinpfeifen Boah ey wie Jetzt auch Bock auf Spaghetti Bolognese Also irgendwie habe ich gerade auch wirklich Bock drauf Die Nase noch mal ein bisschen arbeiten Da kommt nochmal vier Stunden Bisschen Schuh putzen Ja zeige Ergebnisse an Ja komm Es ist aber schon mal besser Von 10 auf 186 Besser Geil 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 Verpässe Zu PC Geil Daraufhin erstmal Arbeiten gehen 6 Stunden Während das hoch lädt Ändert Jetzt lädt es hoch Du kannst ein direkt neues Video machen Zu diesem Spiel Gameplay Dann einmal bitte Ja Automatisch Und weiter Ja Pen Und ja Das war's Und auch wieder mit diesem Video Äh Ja Da hast du eine Bewertung da Ja Morgen kommt der nächste Part Und Ja Hat die Likes rein Alter Geil Der noch zum Teil 200 Bitte was 200.000 Klick Lol Wie viele Klicks mache ich denn aktuell Lul Aber wie gesagt Bewerten nicht vergessen Und viel Spaß mit der EndCut Ciao Was waren es Wow Untertitelung des ZDF, 2020